Es ist ungewohnt ruhig auf dem Kiez. Vieles fehlt. Doch im Stadtderby geht es um mehr. Es geht darum, dass man auf die Eins wieder in der Stadt ist. In der Terronin! Ich glaube nicht, dass es an Brisanz verloren hat. Salazar mit Tempo! Makinok! Makinok! St. Pauli, St. Pauli und der HSV ist Hamburg. Terronin! Ich glaube auch der HSV weiß, dass wir ganz gut drauf sind. Es ist mal wieder Zeit. Ich merke schon, dass bei den Jungs ein gewisses Kribbeln da ist. Es ist derby Zeit, es ist angerichtet. Zeit für dieses ganz besondere Spiel in Hamburg. Hamburg Spiel des Jahres. Es ist...